Hallo, ich bin Detlef Bierstedt. Ich bin Schauspieler. Wenn man mich jetzt nicht sehen würde, könnte man mich eventuell mit George Clooney verwechseln. Ich bin nämlich die deutsche Stimme von George Clooney. Aber nicht nur von Clooney, sondern auch von vielen anderen. Ich mache also sehr viel Synchron und spreche sehr viel Hörbücher, stehe auch ab und zu mal vor der Kamera. Ja, wie kommt man zum Synchron? Man ist als Schauspieler, ich bin als Theaterschauspieler ausgebildet und dann spielt man ja nicht in jedem Stück. In jedem Theaterstück ist man nicht drin, dann hat man also auch Freizeit. Man hat ja auch zwischen den Proben und der Abendvorstellung ein paar Stunden Zeit. Und dann will man irgendwie noch sehen, dass man irgendwo noch einen Fuß reinkriegt. Das war damals mein erstes Engagement war in Babelsberg in Potsdam. Nicht in Babelsberg, sondern in Potsdam. Aber Babelsberg ist ja da gleich um die Ecke und da sind wir immer in den Proben, Pausen oder in den freien Tagen zum Synchronen in Babelsberg. Zum DEFA Synchronen, da haben sie sozusagen Eigenproduktionen, die danach synchronisiert wurden, immer gemacht mit den Schauspielern vom Manns-Otto-Theater. Und dadurch bin ich so ein bisschen da reingerutscht und fand es durchaus interessant. Und habe mich dann in Johannistal beim Johannistal Synchronen beworben und wurde dann da auch genommen. Und habe dann neben der Theaterzeit eben halt schon angefangen, relativ intensiv Synchronen zu machen. Ich habe gemerkt, dass es mir liegt, dass es mir Spaß macht, dass es interessant ist. Dann bin ich ja 1984 in den Westen gekommen und habe da immer halt auch noch ein bisschen Theater gespielt. Aber hauptsächlich Synchronen, weil es eine sehr abwechslungsreiche Arbeit ist und weil es seinen Mann ganz gut ernährt. Eieiei, an meine erste Rolle erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur, dass die DDR-Synchronen-Zeit eine ziemlich harte Zeit war, weil das ging nicht so locker zu, wie es jetzt im Atelier zugeht, sondern das Drehbuch war die Bibel parteimäßig abgesegnet. Also musste der Text so gesprochen werden, wie er abgesegnet war. Und da waren manchmal Zungenbrecher, wo man sagen würde, normalerweise spricht so kein Mensch. Also man würde das normalerweise ändern und ein bisschen flüssiger die Sprache machen. Das war damals aber nicht möglich. Man musste sich immer original als Drehbuch halten. Deswegen war das sehr nervend und anstrengend. Aber erinnern an die erste Rolle kann ich mich nicht mehr. Das ist ja auch schon über 25 Jahre her. Also DDR-Synchronen war sehr steif. Es wurde brutal zusammengeschnitten. Also man hatte ein normaler Take jetzt im Westen, also im jetzigen Deutschland, auch damals, als die noch getrennt war, besteht aus zwei, drei Sätzen. Wir hatten bei der DEFA manchmal zwei Seiten, weil die Regisseure immer der Meinung waren, wir können nicht im Anschluss diesen Satz unterbrechen und dann lückenlos wieder ansetzen. Sondern es musste, na guck mal, der redet doch an einem Stück und das müssen wir auch so machen. Und dann solltest du also synchron sein. Du musstest dir Lippen angucken von dem und hast dann zwei Blätter in der Hand gehabt. Es war nicht synchron, konnte gar nicht synchron sein. Und es war Hanebüchen eigentlich. Als ich den Westen angefangen habe mit Synchron, da waren so, also Thomas Danneberg zum Beispiel, das war ein Nachteil, das zum Beispiel auch von DDR-Synchron war, dass alle wollten klingen wie John Wayne. Alle wollten unbedingt immer so sprechen. Dadurch wurde das alles so künstlich und das klang wirklich nicht so besonders. Meine erste Rolle im Westen war ein Trucker aus, ein Colt für alle Fälle. Und da hat Thomas Danneberg Regie geführt. Und der begrüßte mich ganz locker und sagte, was du bist so ein ganz netter, lässiger Trucker-Typ da, so ein junger Mann, der da immer so. Und dann kursierst du ja, wie er aussieht und sprichst dir einfach mal so. Und dann, ja, ja, mach ich, klar, alles gut. Und dann kam der Take und dann, ja, also pass mal auf, ich lasse so. Nee, 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 so nicht. Ganz lässig, einfach so locker so. Ja, ja, klar, hab ich verstanden. Ja, also pass mal auf, ich lasse so. Da war meine DDR-Versautheit dann auch so drin in mir. Denn Thomas sagte, wie heißt du nochmal? Das lässst mir statt. Liste, du kannst richtig sprechen. Ganz normal sprechen und so wollen wir das auch haben. Also da waren so die ersten Schritte, wo die Leute mit einem ganz anderen Umgangston mit einem, mit dem Falspieler geredet haben. Sodass du also nicht Angst vor dem Take hattest, dass er noch da, sondern du wurdest dazu eingehalten, lässig, locker, selbstverständlich zu sein. Und ja, das waren so. Also Thomas Dannenberger, dem habe ich jetzt mal die ersten Schritte so zu verdanken. Ja, das ist wie Synchrone im Halt und wie überhaupt im Film und im Schauspielerberuf vieles ist. Es sind einfach Zufälle. Also der Redisseur Michael Richter, der deutsche Synchronredisseur, der damals im Emergency Room die ersten Folgen betreut hat, der hat mich einfach besetzt, weil er mich kannte schon von der Arbeit und meinte, meine Stimmlage passt original zu dem Gesicht von George Clooney. Dadurch habe ich dann mit Emergency Room angefangen. Wurde allerdings von einigen, als wir dann die ersten Filme gemacht haben, der erste Film war, glaube ich, Tage wie dieser oder so was. Und dann kam Batman relativ bald. Und da wurde ich schon ein bisschen noch angefeindet von sogenannten Supervisern, die dann immer die Synchronkontrolle in Europa haben, weil ich ja nicht so aussehe wie Herr Clooney. Und dann manche Leute eben halt nur gucken und nicht hören. Dann kann es schon mal passieren, dass sie nicht die Fantasie haben, dass der klingt aber wie Clooney. Nur weil er nicht so aussieht, muss er ja nicht singen. Und ja, also wie gesagt, die erste Besetzung war Emergency Room und das sind einfach nur Zufälle, dass der hätte, auch wenn der einen anderen besetzt hätte, wäre ich nicht die Stimme geworden. Das ist jetzt nicht so, dass das ein Auswahlverfahren war, sondern es war einfach die Besetzung von Michael Richter, der mich damals eben halt ausgewählt hat. Vom Spiel her hat er sich nicht verändert. Also sagen wir mal, vom Spiel her war er genauso lässig und charmant und leicht spielerisch, wie er jetzt auch in den Filmen ist. Aber dass er dann so ein Kracher wird, das konnte man nicht wissen. Das steht ja immer in den Sternen, wie man aus einer Serie plötzlich rauskommt und zum großen Superstar wird. Und seine Spielweise hat sich allerdings nicht so entwickelt, wie seine super Karriere. Er spielt immer jetzt selber. Clooney ist Clooney, finde ich. Ich finde es okay, weil er macht. Ich finde es sehr charmant, sehr leicht und sehr lässig und einfach charmant und spielerisch. Aber er ist nicht Dustin Hoffman oder Nicholson oder sowas, wo du sagst, Mann, der ist ja in jedem Film anders. Das ist ja irre, was der für eine Palette hat. Er ist einfach nur nett und lässig und das macht mir allerdings Spaß. Das ist ein Mississippi-Drama, das spielte in den 20er Jahren. Da fand ich das genial. Das war von den Coen-Brüdern. Und da fand ich ihn richtig super toll. Da hat man auch gemerkt, dass da die Regie vielleicht auch ein bisschen mehr von ihm verlangt hat. So ein bisschen mehr Comedy, ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Den fand ich jedenfalls am schönsten. Also Ocean's Eleven wurde ich umbesetzt, weil Herr, wie heißt der Regisseur davon, Söderberg, der hat den Film davor, den er auch gemacht hat, sich im Deutschen angeguckt und fand meine Stimme, eben wie ich vorhin schon sagte, zu hell für George Clooney, weil er natürlich nicht Deutsch spricht. Der versteht ja die Sprache nicht, der hört nur den Klang. Also mit der Stimmgabel. Wenn er da mit der Stimmgabel besetzt, dann merkt er natürlich, meine Stimme ist da aber viel heller als die im Original von George. Also hat da jemand einen deutschen Schauspieler gesucht, der eben halt stimmlich näher an Clooney rankommt, was auch ihm gelungen ist. Der Kollege, der ist auch stimmlich sehr nah, aber es fehlt der Charme, es fehlt die Leichtigkeit für mich. Deswegen haben sie mich ja dann auch wieder zurückbeordert zum Clooney, weil es einfach nicht so leicht und lässig klingt, wie Clooney das braucht. Da habe ich eigentlich gar keine Präferenzen. Ich habe sehr gerne den Jason Alexander in Seinfeld. Der hat dann den George Costanzo gesprochen. Den habe ich sehr, sehr gerne synchronisiert, weil der so fixig, so ausgeflippt und völlig verrückt war. Das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ansonsten nehme ich jede Rolle als Herausforderung an und mache das immer mit dem gleichen Spaß. Naja, ich versuche schon immer die Stimmungs- und auch die Stimmlage von dem jeweiligen Kollegen, den ich spreche, ein bisschen abzunehmen. Bill Pullman hat zum Beispiel im Gegensatz zu, also die haben ja alle, die Amis haben ja alle eigentlich relativ tiefe Stimmen. Also George Clooney hat im Original eine viel tiefere Stimme als ich, aber zu dem in unserer deutschen Sprache passt so eine ganz tiefe Stimme nicht unbedingt, weil da fehlt einfach die Leichtigkeit, weil unsere Sprache ist von Hause aus schwerer. Wenn ich sage, I love you, baby, dann klingt das schön und romantisch. Aber wenn ich sage, ich liebe dich, baby, dann klingt das ein bisschen Treckerfahrer-mäßig. Und deswegen ist bei Clooney immer so eine Leichtigkeit gefragt. Bill Pullman hat eine sehr, sehr tiefe Stimme. Also die klingt fast kehlkopfkrebsmäßig. Und da wurde ich immer bei Independence Day darauf getrimmt, unbedingt zu dichter, original zu beides. Da habe ich dann immer so gesagt, wir feiern unseren Independence Day, also richtig tief, obwohl zu der Figur letztendlich nicht so wirklich passt. Aber da haben sie mich halt ein bisschen Linien drängelt und dann habe ich das beibehalten, dass ich bei Pullman spricht, also einfach ein bisschen tiefer als Clooney. Clooney hat so die Leichtigkeit und den Charme und den Witz. Und Pullman hat immer so ein bisschen Schwere. Den er an, den wir mal außen vor. Ansonsten hat sich viel, also insofern hat sich die Technik immer deutlich verbessert. Früher wurden immer wirklich noch Filmschleifen geklebt und dann war eben jeder Teg war eine Schleife, die wurde dann immer nach jedem Teg, wenn er fertig war, wurde die Schleife rausgenommen aus dem Pferferapparat, wurde die neue Schleife wieder eingelegt. Es hatte also länger gedauert. Man hatte im Schnitt so um 20, 22 Takes pro Stunde auf der Dispo, manchmal auch noch deutlich weniger. Heute hat man 35 bis 40 manchmal sogar. Also in der Regel sind es 35 Takes. Also man macht viel, man arbeitet viel mehr, viel schneller. Früher waren wir auch als Gruppe vor dem Mikrofon. Wenn also eine Szene war mit drei, vier Leuten, dann standen drei, vier Leute vor dem Mikro und spielten diese Szene gemeinsam durch. Heute kommt jeder auf ein Extraband. Also man sieht sich im Studio nicht mehr. Man muss sich die Kollegen, man muss die Fantasie haben, um sich dem Partner mitzudenken. Ja, also ich persönlich finde es nicht so schlecht. Das ist ein bisschen vielleicht vereinsam, aber ich finde es natürlich, man ist mehr konzentriert und fokussiert auf seine eigene Synchronarbeit, weil wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt vor dem Mikro steht, einer verspricht sich immer. Und dann machst du den Take eben halt viermal oder fünfmal. Und so, wenn du es alleine machst, dann machst du es meistens nur zwei- oder dreimal. Und die Gruppe, die ist eben halt immer ein bisschen logischerweise und dann denkt man, ah, hat der sich schon wieder versappelt. Das ist für den Kollegen unangenehm, der sich versappelt und für dich selbst auch, weil du dann so stehst, man steht einfach mehr unter Druck. Deswegen finde ich es mit dem X nicht so schlecht. Also, eigentlich nicht so wirklich viel. Es ist vielleicht mitunter ein bisschen einfacher, weil du nicht ganz so lippensynchron sein musst, weil man doch ein bisschen mehr schummeln kann. Aber im Prinzip von der Technik des Synchronisierens endet, ist da nicht so viel Unterschied. Du hast einfach, bei Stan Smith ist einfach, ich finde die genial, diese Serie, es ist einfach wunderbar komisch. Deswegen ist es immer lustig im Atelier, wir haben alle unheimlich viel Spaß, aber du musst natürlich in dich genauso auf das Gesicht und auf die Art, die er spielt, was er euch gezeichnet ist, konzentrieren wie im Realfilm. Großer Unterschied ist eigentlich nicht. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, dass beim Synchron ist man fremdbestimmt. Der Film ist fertig, der Schauspieler hat seinen Part erledigt. Ich bin nur noch der Übersetzer, mehr oder weniger. Ich muss zwar trotzdem spielerisch sein, ich muss also die Gefühle und die Sachen, die der Schauspieler mir vorgibt, die muss ich natürlich auch nacherfüllen. Also ist man nicht Sprecher, man ist schon ein Schauspieler, der Synchron macht, aber man macht nur was nach, was schon fertig ist. Beim Hörbuch bin ich der Interpret. Also ich gebe den Figuren, hauche den Figuren Leben ein und die Gefühle und die Sprechweise der Figuren eines Hörbuchs, die werden von mir erfunden und von mir dargestellt. Also ist Hörbuch, würde ich sagen, etwas schöpferischer als Synchron. Deswegen mache ich das auch noch ein bisschen lieber als Synchron. Ich lese sehr gerne Thriller, die lese ich auch privat sehr gerne. Und wenn ich dann das Glück habe, einen Krimi auf dem Tisch zu haben, dann bin ich schon immer sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Weil ich lese es zu Hause auch nicht so wirklich vor. Ich lese mehr oder weniger sehr häufig Prima Vista, weil es mir einfach spannender vorkommt. Und wenn ich mich zu sehr vorbereite, bin ich erstmal zu schnell, weil die Bilder, die habe ich dann schon im Kopf. Und wenn ich jetzt das Prima Vista lese, dann muss ich so lesen, dass ich es auch wirklich verstehe. Also ist das Sprechtempo so, dass der Hörer eben halt auch die Bilder mit empfinden kann. Und dann ist es für mich eben halt mal spannend, wenn der Thriller sich dem Ende zu denkt, das können wir nicht noch nicht. Eigentlich würde ich dann eine Stunde länger machen, aber okay, Studio ist, Zeit ist zu Ende, der Nächste wartet vor der Tür, also der nächste Tag jetzt. Aber welches Buch konkret, kann ich nicht sagen. Ja, also das ist natürlich auch ein Teil des Schauspielerberufs, dass man sich so reinsteigert, dass man schon mitleidet und man muss es, glaube ich, auch. Also es ist da manchmal, beim Synchron ist es mir auch schon, dass die Tränen runterkullern. Beim Hörbuch ist es manchmal sogar ein bisschen haarig, ein bisschen schwierig, weil wenn man zu sehr reinfällt in die Gefühlsebene, dann stockt deine Stimme, weil man dann einfach selber so mit ergriffen ist, dass man eigentlich lieber, wir müssen mal zehn Minuten, die muss jetzt heulen, aber das sollte beim Hörbuch ja nicht so, also man soll das andeuten, aber es passiert dann schon, dass man, wenn man sich so richtig schön reinfallen lässt in die Situation, dass einem einfach die Stimme wegbleibt, weil man jetzt mal so gerührt ist, dass man erst mal schlucken muss, damit man dann später wieder weitermachen kann. Film mag ich nicht so sehr, ich bin eigentlich wirklich mehr im Synchronstudio oder im Hörspielstudio zu Hause, da fühle ich mich wohl, da weiß ich, was ich zu tun habe, während beim Drehen finde ich persönlich, es wird total überbewertet. Also J.M. Stewart meinte mal, er kann ja nicht verstehen, warum die Filmschauspieler so hofiert werden, weil als Filmschauspieler muss man nur Text wie Wasser können und aufpassen, dass man nicht gegen die Möbel läuft. Und so ähnlich fühlte ich mich da bei Babylon in Berlin, auch bei Babylon in Berlin, habe ich ein super Kostüm, super Maske, sieht toll aus, aber zu spielen hatte ich eigentlich ehrlich gesagt nichts, mir hat auch keinen Regisseur, wenn mich jemand fragen würde, wie war denn die Zusammenarbeit mit Herrn Tick war, kann ich sagen, welche Zusammenarbeit, weil er hat mir gesagt, wo ich hingucken soll, aber er hat mir nicht gesagt, wie der Bürgermeister als Figur funktioniert, also wie man in einer Theaterprobe gewohnt ist, dass der Regisseur eine Vision hat und den Schauspieler in seine Vision einbezieht und sagt so und so, stelle ich mir die Figur vor, der muss so und so sein, da wurde kein Wort darüber verloren. Man hat mir gesagt, wo ich hinlaufen soll, wo kriegst du eine Marke auf dem Fußboden, bis dahin, dann nach links gucken und dann den Text und dann danke. Also ich habe es einfach nur, ehrlich gesagt, geärgert. Na ja, da gibt es natürlich immer sicherlich Dinge, wo man sich, wenn man so Raumschiff Enterprise und der Commander Riker mit Commander Data zusammen stand, also mit Michael Pan, da sind wir schon, manchmal sind uns die Tränen, weil es gab so viele absurde Ausdrücke, Fachausdrücke von dem Universum da, dass man manchmal, man hat kein Wort verstanden, wovon reden die überhaupt und wenn du dich dann zum achten Mal über den gleichen Begriff verhaspelst, dann liegst du einfach am Boden, aber einen konkreten kann ich eigentlich nicht sagen. Meine schönste Anekdote ist eigentlich, die hat aber mit mir nichts zu tun, die hat was mit John Wayne zu tun, also mit Arnold Marquis, der wurde mir so kolportiert, dass der sagt, der war relativ häufig leicht angetrunken im Studio und hat dann irgendwann mal gesagt, er sollte den Schlusssatz von dem Film sprechen und meinte dann, wie heißt denn das Pferd? Arnold, du sollst jetzt einfach nur diesen Satz da sagen. Ich kann den Satz nicht sagen, wenn ich nicht weiß, wie das Pferd heißt und sitze und so und so sagen, da konnte man alles, damals wurde im Atelier noch geraucht und getrunken, da kann man sich schon öfter mal am Boden schmeißen.